hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble. ich spiele immer wieder free fire und ich spiele free for all und das ist das letzte video vor ostern also frohe ostern und los geht es so also zwei sachen auswählen ich suche mir einmal den aus und ich kaufe mir einmal den ja okay gut 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 ja Achtung! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was ist das? Double kill! oh 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 ja schnack zusammen ja oh 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 ich war noch nicht mal der dritte aber gut gespielt bta kündler und 2346 b ich verachte w du w w w w w w w w